Das Galileo Mystery Team entwickelt, ermittelt. Ja. Eigentlich müssen wir ja Edileo heißen oder so. Edileo, das Mystery Team. Wir sind im Louisville Park in München unterwegs. Angeblich soll hier ein ELECTEC-Nest sein. Ob das wirklich so ist, überprüfen wir für euch. Mal ganz kurz hier, das ist dieser Südzipfel vom Louisville Park. Der Großteil ist hier so da hinten, wenn ich hier mal so rauszoome, ist da so. Da sind wir eben schon rund fleißig kurz hingegangen. Der Dessel, der hier schon ganz gemütlich ist. Ja. Die sind halt schon eine große Runde gegangen. Die sind jetzt schon ein bisschen weitergegangen. Schon ein bisschen entspannt. Und jetzt dieser Südzipfel hier, das soll angeblich ELECTEC-Gebiet sein. Und ob das stimmt? Also überprüfen wir. Wir gehen einfach so eine Runde, laufen ein paar Mal. Wir gehen auf die Suche. Und es wird auch ein bisschen länger gemacht. Es sind ja ein paar Focus-Stops da und auch ein Doppel-Duel. Ja, dann gucken wir jetzt mal vorbei. Also so oder so sollte sich das lohnen. Regelmäßige Zuschauer erkennen das hier vielleicht wieder. Das war unser erstes gemeinsames Video im Louisville Park. Ja, ist richtig. Da war da hinten ein Vlog-Modul auch aktiv. Da saßen wir hinten auf der Bank. Jetzt ist hier vorne gerade eins aktiv. Und ich glaube, man sieht hier auch einige, die hier spielen. Da vorne sind die beiden Jungs, die da am Basketballplatz sitzen. Da hinten sitzen welche. Die sitzen genau auf diesem Platz, wo wir letztes Mal saßen. Ja, genau. Und der geht da wahrscheinlich zwischendurch nach vorne, um den anderen Pokestop zu bekommen. Das haben wir auch so gemacht. Da sieht man schon die Profi-Movs. Ups, da spinnt mein Telefon gerade. Was haben wir bis jetzt? Ein Taubsi. BDEC-TEC sind noch nicht zu sehen. Aber das Taubsi hat wenigstens nur 23 WP. Das heißt, das sollte sich locker einfangen lassen. Und nicht so wehren wie sonst immer. Die sind fast am schlimmsten. Und Horn-Duel. Die sind auch so schön. Ja, die fangen dann an, wenn man ein bisschen höheres Level hat, fangen die an, sich ordentlich zu wehren. Ja. Gucken wir mal. Ich habe wieder einen Bonus bekommen. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Manchmal bekommt man diesen Bonus. Dieser komische Bonus, ne? Von 100 EP. Da steht auch nur Bonus. Man weiß nicht genau, warum. Also ich weiß es nicht. Falls ihr eine Ahnung habt, könnt ihr es gerne mal gescheit sagen. Keine Ahnung, was das soll. Ich dachte ja, wenn man so einen Curve-Ball macht, so eine gewisse Anzahl davon immer richtig, dann kriegt man einen Bonus oder so vielleicht. Ja. Hat keine Anzahl. Es kann alles möglich sein. Ich habe auch die Vermutung, dass es irgendwie ist, wenn man so und so viel Pokestops wieder mal aktiviert hat oder gefangen hat oder oder oder. Könnte alles mögliche sein, ne? Ja. Ich kriege es nicht angeklickt. Mein Telefon lädt aber auch gerade so ein bisschen. Jetzt habe ich es. Doch, macht es nicht klappt. Ach, bei mir ist es jetzt jetzt aufgetaucht. Okay. Aber ich habe es gleich bekommen. Es hat nicht viele, wir gehen. Ach, bei mir ist es ausgebrochen. Verstehe ich? Weil die es abgehauen? Ja. Nee, bei mir. Ich habe es jetzt nicht bekommen, auch wenn mein Typ von mir gesagt hat, total hakt gerade. Oh, Nidoran da vorne. Das haben wir aber letztes Mal, als wir hier saßen, auch an der Stelle immer gehabt. Also das ist jetzt, ich würde es wahrscheinlich nicht als Nest bezeichnen. Aber es ist eine Stelle. Ich kriege diese Brötetopsy nicht. Es ist eine Stelle, wo öfters ein Nidoran erscheint. Finde ich auch gut. Es ist zu lasch geworfen. Jetzt habe ich es. So bekomme ich es nicht. Klasse. So, jetzt bin ich auf dieses Nidoran auch gespannt. Bei mir ist es nämlich noch nicht da. Ist es noch nicht aufgetaucht? Nö. Wird schon gleich kommen. Der Bokestop ist auch zu weit weg. Wieder im Augenblick. So, ich habe das Nidoran. Wie auch von den Elektecs leider noch nichts zu sehen. Aber das ermitteln wir ja noch. Ob das wirklich der Fall ist. Und dann kann ich es euch berichten. Entweder kommt ihr dann her, auch zum Elektec Fang. Oder ihr könnt es euch eben sparen. Hast du den bekommen? Ich bin beim Nidoran. Das hat nur 10 und das hat sich gewehrt gerade. Mit 10 pp? Ich habe wieder einen Ball verschmissen. Das ist unglaublich. Ich habe genug. Dafür fange ich es mit normalem Tockeball. Sonst sind aber hier gar nicht so viele Pokestops. Hier ist noch der eine. Weiß ich gar nicht. Wollen wir jetzt noch ein bisschen da hinten hingehen und ein bisschen schauen, wo hier die Elektecs sein können? Oder wollen wir hier warten bei dem Logmodul ein bisschen die Zeit nutzen? Was meinst du? Wir machen beides. Das heißt, wir bleiben hier ein bisschen? Ja, und dann platzieren wir weiter und dann gucken wir mal, ob wir Elektecs finden. Genau, wir machen es einfach so. Super plan. Wir machen es einfach so. Das Lokmodul läuft hier noch, aber wir wollen uns jetzt doch mal umschauen, weil auf der Karte ist ein ELECTEC aufgetaucht. Und das ist ja eigentlich das, was wir überprüfen wollten. Hier im Park soll ja angeblich ein Nest sein. Und wenn zumindest mal eins auftaucht, ist das schon mal ein gutes Anzeichen. Wir sind ja hier an der Seite von dem Park und ich denke mal, dass das hier vielleicht so trüben in dem großen grünen Bereich sein wird. Ja, wir müssen noch ein Taubsee aufgetaupen. Wir gehen so ein bisschen in die Richtung mal und schauen, was da so ist. Mal gucken, ob wir es finden. Genau, erst mal das Taubsee einsacken und dann geht's los. Ja. Wir wandern jetzt mal da rüber, um das ELECTEC zu suchen. Die bleiben ja mal so, nachdem sie gespawnt sind, 15 Minuten da. Und das ist jetzt irgendwie so vor drei, vier Minuten aufgetaucht. Das heißt, wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit, das zu suchen. Bei mir ist es auf Platz eins. Bei mir ist es auf Platz zwei. Bei mir ist es auf Platz zwei auf dem Radar. Ja. Wir können noch kurz, bevor wir weggehen, den Pokestop noch mal aktivieren. Ich zumindest. Oh, noch ein Ei. Der hat vorhin meine neuen Eier auf einmal ausgebrutet. Der hat alles weggehabt. Ja. Die Eier waren leer. Weg. Entsaftet. Richtig, da muss man ein bisschen auffüllen. Ja. Also, wir wandern hier drüber. Hier in Subart ist noch aufgetaucht. Das hilft mir jetzt aber nicht so viel. Der Parkbereich hier am Südzipfel vom Louis-Paul-Park ist auch nicht so groß. Das heißt, so weit sollte das alles nicht sein. Jessel sucht auch schon, ne? Die sucht auch schon. Sucht das Elektek. Wo ist es? Wo ist das Elektek? Wo ist es? Ja, so hilfreich ist sie jetzt gerade noch nicht. Ja, ja, sie probiert. Sie probiert. Sie gibt sich Mühe. Sie hat es, glaube ich, die Fährte schon aufgenommen. Bei mir ist es noch auf Platz eins. Wie hat es bei dir geendet? Ist immer noch auf zwei. Seltsam. Manchmal ist es ein bisschen heller. Jetzt kommt die Sonne noch anscheinend ein bisschen aufs Display, sonst erkenne ich nichts. Jetzt ist es auf Platz eins. Oh, das heißt, wir sind... Wir kommen immer näher. Wir kommen näher. Bei mir war es vorher schon auf Platz eins. Das Traumato ist verschwunden. Das Subart ist jetzt auf Platz zwei bei mir. Ja, richtig. Es ist aufgetaucht. Nein, wo ist es? Hier. Da vorne. Bei mir jetzt auch, glaube ich. Es hat gerade vibriert. Da ist es. Ja, cool. Du hast es vor allem noch nicht, ne? Nein, und das ist super stark. Ich habe schon eins. Ach so, meine Güte. Wie stark ist es bei dir? Das hat siebenhundert und elf. Ja, cool. Bei mir jetzt fährt es neunachtzig. Trotzdem hat es einen orangenen Ring. Damit es nicht entkommt, nehme ich mal eine Himi-Beere. Die habe ich gerade auch verwendet. Und ich glaube, ich nehme den zweiten Ball auch. Bei der Stärke wird es... Ich habe es. Ja, cool. Juhu. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Vor allem, weil es jetzt bei dir erst im Pokédex eingetragen wird. Mit Curveball auch noch. Sauber. Ja, sehr cool. So, ich muss jetzt auch noch fangen, dass ich nicht noch bei dir zugucke. Oh, ist das geil. Das ist super, ne? Das ist cool. Ich werfe jetzt gerade so blöd, weil ich mit einer Hand die Kamera halte. Und dann... Jetzt habe ich es wenigstens getroffen. Ja, cool. Oh mein Gott, wie toll. Also, es ist wahr. Also, es gibt hier wirklich Elektrik zu fangen. Ja, ob es ein Nest ist, ob das ein bisschen übertrieben ist. Ich weiß auch nicht genau, wie man das abwandern, das wie definiert. Das ist halt so die Sache. Ich weiß nicht, ob es jetzt dann... Ob es jetzt sozusagen eine offizielle Definition gibt, was ein Nest ist und was halt nur... Ein regelmäßiges Ball ist. Das ist ein bisschen neugierig gewesen. Ja. Wieder wollte ich mit dir spielen. Hm. Ich wäre jetzt eilig gehabt. Ja. Oder was jetzt als Nest gilt und was gilt jetzt nur so als Spawnpunkt, was hängt das davon ab? Das ist halt die Frage. Aber es ist schon so, dass wenn man herkommt, dass man, wenn man Glück hat, dass eins auftauchen könnte, ne? Ja, wir sind jetzt einfach hergekommen und hatten jetzt noch 5 bis 10 Minuten, es ist aufgetautet. Von daher ist es nicht schlecht. Also, wir waren jetzt gar nicht so, ne? Nö. Mäuschen. Schau. Bisschen Respekt vor dem Ball. Ja. Nö, wir sind jetzt eh noch ein bisschen hier. Wir haben jetzt schon eine große Runde gemacht eigentlich. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht mehr so arg lang bleiben. Wir gehen jetzt noch irgendwie eine Runde oder so. Ja. Und vielleicht, wenn noch ein zweites oder drittes auftaucht, dann würde ich schon sagen. Dann würde ich schon sagen. Wir würden das schon einsacken, aber sonst. Dann kann man auch davon sprechen, dass hier schon noch öfter was auftaucht. Wir können ja einmal wirklich da hinten zu diesem ganz südlichen Zipfel gehen. Ja. Und dann einfach die Runde machen und hier wieder zurückkehren und einfach mal schauen, was uns auf dem Weg noch so begegnet. Richtig. 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 Richtig.